Entdecken Sie die innovative Interliving Küchenkollektion und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten für Ihre individuelle Traumküche inspirieren. Interliving – Küche für mich gemacht. Verbringen Sie Ihre kostbare gemeinsame Zeit dort, wo Sie sich wohlfühlen, im Mittelpunkt Ihres Lebens, in der Küche. Die Interliving Küche Serie 2014 verbindet klassische Eleganz mit natürlichem Charme. Die vielfältigen Optionen zur Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel und Küchenutensilien sowie die qualitativ beeindruckenden AEG-Elektrogeräte gewährleisten einen unbeschwerten Küchenalltag. Planen Sie nach Ihren persönlichen Wünschen. Die Interliving Küche Serie 2014 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Exklusives Highlight. Das dekorative Wandregal zwischen den Hängeschränken eignet sich perfekt für häufig genutzte Gegenstände und Ihre schönsten Stücke. Leichtgängige Vollauszüge mit Soft-Einzug. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung, zum Beispiel für Töpfe und Pfannen. Serienmäßig ausgestattet mit Soft-Einzug schließen die Auszüge leichtgängig und lautlos. Vielfältige Stauraumlösungen, zum Beispiel ein Gewürzschrank. Viele raffinierte Schranklösungen in der Küchenzeile und den Hängeschränken nutzen den vorhandenen Stauraum optimal aus. Exklusive Einbauspüle mit Armatur. Die exklusive Einbauspüle in edlem Schwarz begeistert durch ihre hervorragenden Materialeigenschaften mit bester Pflegefreundlichkeit und das puristische Design. Edle Griffe in Edelstahloptik. Die formschön gestalteten Griffe in Edelstahloptik begeistern durch ihre hohe Qualität und das edle Design. Die Interliving Küche Serie 2014 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Küche für mich gemacht.